sogar ich selber wenn ich unsere bilder und videos sehe freue ich mich immer wieder wie die kinder da sitzen und eine riesenfreude haben dass sie essen können dass sie miteinander versammelt sind dass sie eine meilzeit bekommen was sie normalerweise nicht bekommen dass sie eine getränke flasche wasser bekommen was sie normalerweise nicht bekommen unbeschreiblich unbeschreiblich ein unbeschreibliches gefühl dieses glück sehen zu dürfen ich bedanke mich bei euch für eure spenden ihr seid hart arbeiten gegangen und das geld was sie für euch behalten könntet habt ihr gespendet vielen lieben dank für ihr vertrauen ja